hallo youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren folge badwars auf dem kanal codex und mit dabei wieder und ja wenn ihr schon wieder merkt ja es dabei ja wir bereiten uns weiter fürs turnier vor wieder ja und apropos turnier es ist nur noch ein platz frei für ein team also noch habt ihr die chance euch zu bewerben das erste team was sich anmeldet mitgenommen hier 17 Achtung ich fick ihn ich fick ihn für dich ich fick ihn für dich safe 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 nein ich bin tot du Lappen ok er bekommt gar keinen noch dieser dd alter ja er hat ein troller im team also ich dachte baut ihn ein er hat einfach nur den spawn trap für uns verbreitet sein teammate back die ganze zeit rum ja ja ok ich hab beide bist du tot nein ich und tot so und wie ihr seht habe ich mich auch im game wieder umbenannt like the old times in codexd war ja mein allererster name in minecraft blau ist full equip die haben zum eisen gebaut soll ich die acht gold lieber saven mhm nee das war ok brauchen wir nicht ach mäh das war zu easy ach das ist so sweet so gelb ist auch weg ich hab das blaue bett auch blau ja blaues bett habe ich ne auch die spiele achso ne 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 ich hab den einen full equip den halt vorher gekillt aber der andere ist still full equipped und der andere hat sich gerade equipped ich weiß nicht ob die ersatz eisen haben oder so mhm ja ich glaub schon so ne piece ich hab den weg zum eisen von denen abgebaut also mhm ich warte hier oben ach chili mili die bauen sich komplett ein moin bro damn damn double hit ach bro ach ne das ist so ein cobweb randy lass ihn seine cobwebs verschwenden tot ach er lag jetzt auch noch ach come on guy als ob ich ihn jetzt in das andere cobweb booste alter der baut sich hier ein labyrinth aus cobwebs nein 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 bleib in seinem cobweb bleib in deinem cobweb mäh wenn er mir jetzt nachkommt ist er ein randy oh mein gott er ist ein randy aus dem kam nicht weit genug er wird schilder jetzt ach der ist da komm gerade mit 16 gold brauchen wir nicht oder warte vielleicht kann ich für den camper brauchen wir die alter ich bin runtergelaufen gut gell ich wollte mir hinter ihm was kaufen oh god digga ich höre seit heute morgen immer nur das behinderte gleiche lied und find es immer noch gut welches? das ist aus der vodafone werbung aber kein fernseher ja keine ahnung es ist irgendwie voll geil vielleicht hört man das jetzt gerade im hintergrund auch ein bisschen ich habe es sauleise gestellt aber es läuft halt die ganze zeit im hintergrund das ist irgendwie mega geil ich feier das ja gg wir sehen uns in der nächsten runde wieder bis gleich antika 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 nenn das video mal antika 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 auch digga ne linker schenkel rechter schenkel und dann so ich behindertes verschwinden und dann zieht sich das video wieder in die länge ja mal sehen es ja gut da sind das auch noch für hässliche skins und dann haben sie sich einfach so richtig hässlich und ein r und ein l hinten auf den skin drauf gepixelt richtig schlecht gemacht auch noch. Ach Gott, egal. Willkommen. Okay, ciao. Also diesmal ohne Wavehead, wie ihr gerade gesehen habt. Alles klar, ich werde zurück. Nice. Gomme, bester Server EU-West. Maaam. Damn, son. Damn, motherfucker. Ich habe heute die ganze Zeit wieder, also bevor ich zu Hause war, habe ich die ganze Zeit Handball-Tunier gehabt. Da spielen die auch immer so in den Pausen. Hier, Bro. Ich habe ihn dir da hingedroppt. In zwei. Sorry. Ich kann nicht zählen, ich war nie gut in Mathe. Letzte, aber... Oh mein Gott, der Blocker-Milgim. Diese Reaction, Alter. Ich hatte gehofft, dass er nicht schlägt, ich muss. Hat er ja auch, aber... Ah, Bett ist weg, doll. Ja, fuck, ne? Ich sterbe. Ist nicht schlimm, Bro. Ja, ich bin doch tot. Nee. Wir müssen in den Pausen auch mal alleine zurechtkommen. Nein, Mann. Ich verreck gegen die zwei mit der Hand, Alter. Dicker. Als ob jetzt dieser rechte Schenkel-Typ kommt. Mann, ich fick den ab. Junge, Junge, Junge. Locker, der moved mich jetzt gleich aus der Runde raus. Nein, nein, nein. Mach das nicht. Okay, alle Betten, außer die von den Behinderten-Skins, sind weg. Jetzt fühle ich mich irgendwie leicht behindert. Scheiße. Warum hat der Randy vorher noch das Eisen eingesammelt? Das ärgert mich jetzt. Komm, wir schließen jetzt eine Wette ab. Gewinne ich das noch oder gewinne ich das nicht mehr? Ich sag nein. Du wettest gegen dein Team... 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 Team-Welt. Ja. Die Gegner sind einfach zu gut. Eiskalt, Haus heraus, Alter. Ja, guck mal über dich. Möp. Ich liebe das. Das ist so lustig. seine basis da oben und denkt die summe er denkt hatte ich nicht hatte ich nicht gesehen er denkt aber das ist aber dahin juckt ihn nicht ich weiß auch nicht wie weit er ist das ist mein problem der kommt jetzt ich muss mein gold einsammeln sag mir wo der runter kommt der andere sich wohl bei blau kommt jetzt zu dir und versuchten ausschriften kann es halt gar nicht andere setzt bei dir unten egal die fühlen sich auch wie so ein dream team lappen randy ja so egal egal der kann nichts machen warte soll ich jetzt auch kommen die zehn sekunden warte ich noch dann mache ich mir dreizehner und so fag ich dir richtig habe ich bin jetzt so richtig einer so richtiger hurensohn bin ich oder solche ep stärke machen nochmal die stärke ok schön für clips video noch mal ne kann man da auch noch mal reinschneiden das ist die wahrscheinlichkeit dass du so ein wasser ach da kommt ja einer nein der ist keiner ich hab dich gar nicht gesehen bro ja was machst du da woher kommt denn auf einmal diese wand ganz komisch alter woher die bloß kam die wand keiner weiß es ich habe jetzt zwölf corp webs das sollte reichen oder ja vielleicht gerade so also als richtiger gleich mittel noch nicht oh mein gott der ist ja fully kippt die sind beide fully kippt und der eine hat gleich ein bow und turn ok er bekommt keinen knock ne er geht auch auf dich er bekommt keinen knock dieser typ alter sie bekommen beide kippt alter wieso trägst du nicht stärker hab ich ja gerade eben erst ja denkt ihr wirklich ihr braucht tschüss ach ja ich hab ja noch die ip fällt mir grad so auf naja ich hab ja komm du ich seks die und dann oh ne ne auf schade ha schade haut da raus ich lache die beiden ich hab keine blocks mehr das ist das schlimme die rennen zu blau ja der eine holt das eisen und der andere ach der andere ist low wahrscheinlich ja er will jetzt tschüss die sieht so immer geil aus hännen wir noch eine händen dran oder nicht ja hängen wir noch eine oder nicht sag du ja ok bis gleich also dritte runde wayfett ist immer noch am start hi 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 iiii iiii die anderen sind schon mitte du hast das ganze bronzen ich ah nein halt dein maul ist das dein ernst oder wie viel hattest du noch 53 ich hab wieder vier tage lang kein mit was gespielt macht es mich ich hab dir gesagt dass ich verbot bekommen habe nee warum hat mir ein schwert möh randy ab in ec du bist halt einfach nur ein Lappen ich hab noch raus ja und muss sie trotzdem ziehen die bei sowas zähle ich jetzt immer auf dich ne ja ok digga halbes herz man alles klar der will halt zu uns brieseln aber verreckt oh mein gott diese combo alter weiter nein ich hatte ein halbes nur tot diesmal nehme ich essen mit gute idee hm vielleicht oh hupsala das war die cola ich will mir auch schlechter cola mach digga ich muss die nacht der heute überstehen nein spaß oh er hat ein mitte randy gefickt und dann wurde er von mir gefickt von den beiden kann man eigentlich voll easy's combo drücken komm muss drücken aber die kommen immer wieder raus ah jetzt was sind noch beides free kills aber geht doch leck mich am arsch gott waren das nervige so noch ein team weniger gut pass auf zu uns kommt einer gell noch nicht ja der macht gleich mlg wenn er ja der ist ne ja der kann kein mlg hast du natürlich voraus gesehen hast du natürlich voraus gesehen ja der andere konnte natürlich auch kein mlg der oben war hab ich doch gesagt oder also beide verkacken beim mlg das ist schon peinlich alter locker 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 haben so die einzige höhe auf village er wischt wo es kobe weg packt find ich so lustig hast du getönt auf village bestimmt da gibt es überall gomme back doch so hässlich alter naja aber ich würde immer irgendwo dran also an der wand oder sowas dann machen oh digga meine hits heute gut gemacht digga der macht mich noch oh hab ihn kleiner lol gg gg alter war nicht schnell so das war es jetzt aber auch mit den runden badwars wie gesagt noch könnt ihr euch bewerben ein platz ist noch frei und dann wird das turnier auch relativ schnell starten und ja ich hoffe es hat euch gefallen und was sagt der wayfan noch dazu tschüss facepalm tschüss